100 Tage nach Beginn des Krieges sehen sich die Menschen im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew zerstörte Panzer an, die die ukrainische Armee hier aufgestellt hat. Sie sind eine Art Zeichen dafür, dass die Ukraine die russischen Truppen schlagen kann. Und schließlich musste die russische Armee den Vormarsch auf Kiew ja aufgeben. Gefühlsmäßig ist das alles sehr schwierig. Man kann sich kaum auf etwas anderes als den Krieg konzentrieren. Es ist schwierig jetzt zu studieren. Mein Mann hat Kiew verteidigt. Jetzt kämpft er in Nikolaiv. Eine Cousine meines Mannes ist aus Mariupol. Ihre Kinder haben überlebt, aber sie und ihr Mann wurden getötet. Das alles tut sehr weh. Meine Großmutter und meine Urgroßmutter waren in Butscha. Wir haben versucht, sie in Sicherheit zu bringen, aber dann haben sie sich im Keller versteckt. Es war sehr schlimm. Ich denke, der Krieg wird lange dauern, aber wir werden die Russen nach und nach von unserem Staatsgebiet vertreiben. Ich denke, der Krieg wird noch sehr lange dauern und nicht bald enden. Meine Prognose? Er geht noch sechs Monate. Alles wird davon abhängen, wie unsere Truppen unterstützt werden und auch vom Kampfgeist unserer Soldaten und den Sanktionen gegen Russland. Die UNO gibt die Zahl der in Folge des Krieges Vertriebenen mit 14 Millionen an. Der ukrainischen Regierung zufolge hat Russland ein Fünftel des Staatsgebiets erobert.